Lilly, Papa ist komisch. Naja, er hat eine Pinzette mitgebracht. Ja, ich weiß auch nicht, was man mit so einer großen Pinzette soll. Hast du sowas schon mal gesehen? Ich müsste mal wieder Augenbrauen zupfen. Schatz mal im Ernst. Aramis, hast du sowas schon mal gesehen? Papa sagt, es ist eine Pinzette. Okay, was macht man mit so einer Pinzette? Für die Küche. Okay, was brauche ich? Eine Pinzette in der Küche? Ich brauche kein Füßchen. Dafür hat man einen Grillzahn. Aramis, beißt denn die Pinzette? Aramis nicht. Die ist aus Metall. Jetzt müssen wir definitiv sauber machen. Die war einmal im Rucksack, die hätten wir sowieso sauber machen müssen. Ja. Schau mal, eine Küchenpinzette. Toll. Toll, Schatz, eine Küchenpinzette. Oh, guck. Also, Aramis Begeisterung hält sich auch noch in Kratzen. Schau mal, Aramis, da kann man deine Decke so hoch pinzettisieren. Okay, noch ein bisschen, aber wir können sie nicht mehr in der Küche verwenden. Aramis soll ich denn eine Zecke damit entfernen? Weißt du, für was man so eine Pinzette noch benutzen könnte? Ich weiß nicht, aber wenn es jetzt eklig wird und nicht jugendfrei ist, kann ich es nicht in diesem Video zeigen. Nein. Okay, wofür noch? Für die Mäuse. Okay, hier brechen wir jetzt ab. Ich habe voll was gefunden, was man damit machen kann. Aramis? 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 Was? Lilly? Schau mal. Guck mal. Magst du das haben? Magst du das haben? Magst du das haben? Was machst du da? Nix. Aha. Ich habe das gesehen. Nein, da war nix. Zeig mal. Lilly, was hatte sie da? Nix. Hast du was gesehen, Aramis? Aramis hat auch nichts gesehen. Was ist das denn? Was ist das?